Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und gleich mal mit einer Frage, was war das dümmste, was ihr je gemacht habt? Denkt jetzt gut drüber nach, schreibt es mir gerne auch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, aber ich kann euch erzählen, was das dümmste war, was ich bis jetzt gemacht habe, in den letzten, in diesem, im Jahr 2020. Ja, also, jeder Mensch hat so eine Liste von Dingen, die er gerne noch tun würde, bevor er irgendwann mal den Löffel abgibt. Eine Löffelliste, Bucket-Liste, nennt es, wie man es will. Es ist, was es ist. Und ich habe auch so eine Liste. Meine Liste ist nicht aufgeschrieben. Ich habe sie nur im Kopf, aber irgendwann schreibe ich sie dann mal auf, aber irgendwann lasse ich sie meine Mutter aufschreiben. Ach, irgendwann diktiere ich sie, Siri. Es wird immer unengagierter, ne? Ja, aber ein Punkt auf meiner Liste, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen erfüllt. Und ja, das ist auch, aber es ist ein bisschen eine Geschichte, die hätte auch richtig doof ausgehen können. Also, eigentlich habe ich zwei Punkte erfüllt, fällt mir gerade auf. Mal was richtig doofes tun und was riskieren und die andere Sache. Geil, ich habe zwei Sachen abgehakt. Fällt mir gerade auf. Ja, also, kleine Vorgeschichte, damit ihr wisst, worum es geht. Also, meine Liste ist ein bisschen ungewöhnlich. Sie hat nicht so was, wie ich will Bungie-Jumping springen machen, sondern sie hat so was mit Revolutzertum zu tun. Aber um es mal ganz ehrlich zu sagen, Che Guevara würde sagen, Mädchen, du bist kein Revolutzer. Wo ich mich total Revolutzermäßig fühle, ist zum Beispiel, wenn ich zu meiner Mutter sage, Nein, ich gehe heute Abend ins Bett, ohne Zähne zu putzen. Dann fühle ich mich wieder total Revolutzer. Wenn ihr wisst, dann fühle ich mich schon wirklich wie King-Käse. Das ist nicht normal. Und ja, das ist so der Standard, an dem wir jetzt mal in der Liste bitte messen müssen. Das ist, um es mal kurz klarzustellen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich, seitdem ich ein Kind bin, mein Vater hasst Parfüm. Er hasst Parfüm. Ganz doll. Also, mein Vater kann man mit Parfüm-Düften jagen. Und so ist schon, als ich zwei Jahre, also ich, da war ich auch gerade hier, aber als ich schon vier Jahre alt war, ist in meiner Liste entstanden, ich will eines Tages mir ein Parfüm kaufen. Das war so diese, das war so dieser Punkt auf meiner Liste, den ich irgendwann mal erfüllen wollte. Ja, dann habe ich vor kurzem angefangen, Betty in New York zu gucken, auf Six und hab das dann aber kurz immer online und da ist unglaublich viel Werbung. Unglaublich viel Werbung. Also, es ist unglaublich viel Werbung. Das kann man nicht so oft betonen. Ich sage es jetzt nochmal, da ist unglaublich viel Werbung. Und eine dieser Werbungen war die Werbung für das Parfüm Hugo Boss Alive. Und da war dieses Lied dabei und überhaupt. Und ich weiß nicht, der Flair hat mich irgendwie in dem Moment dann gepackt und ich fand es total toll. Ja, jetzt haben wir Corona. Also kann man nirgendwo und auch Maskenpflicht. Also gehe ich nicht raus. Was machst du? Was hast du da gerade gemacht? Dann kann zwei Minuten das Flair sparen und keine Ahnung, ich stand direkt davor. Weißt du, das bringt doch nichts direkt davor. Die Viecher kommen ja jetzt rein. Nein, da gibt es keine Viecher. Irgendwann müssen wir dieses Netz echt austauschen, damit dieser Streit endet. Ja, das müssen wir echt machen. Nee, warte mal. Müssen wir nicht. Da war ja was. Ja. Kommt mir gerade wieder in Gedanken. Autsch. Egal. Zurück zu meinem Ding. Entschuldigt. Streitereien mit meiner Mutter. Alltag. So ist es halt. Auf jeden Fall war es dann so, dass mich dieser Flair, wie gesagt, gepackt hat und dass ich das Parfüm dann gerne hätte testen wollen. Aber ich kann ja nicht raus. Also, was macht kleine Elenchen? Ich bin erstmal ins Internet gegangen. Und habe geguckt, wie viel das kostet. Da habe ich gesehen, nee, ist mir zu teuer. Also, nächster Versuch. Ein Imitat davon suchen. Und dann bin ich auf Seiten gegangen und habe gesucht, ob ich ein Imitat davon finde. Habe eins gefunden, das dann auch preislich ganz gut war. Und dann habe ich mir so überlegt, kaufe ich mir das jetzt? Dann habe ich auf jeden Fall erst mal das Geld auf meine Kreditkarte draufgeladen. Weil, egal wie, es ging ja nicht anders. Und ich habe ja eine Prepaid-Kreditkarte, also habe ich Geld draufgeladen. Und habe aber ein bisschen mehr draufgeladen. Weil, man sagt immer, Versandkosten, man weiß nicht. Rechne immer nochmal mit irgendwas, was kommen könnte. Also, bin ich dann zu meiner Mutter nach unten und habe ihr das erzählt. Mama hat gesagt, so Imitate sind gar nichts, wenn, dann nimmst du das Original. Also habe ich weitergesucht und dann habe ich die Seite Flakoni gefunden. Habe gesehen diesen Payback-Partner und habe gedacht, okay, dann kann es nicht ganz so unseriös sein. Und habe dann auf jeden Fall erst mal überlegt, überlegt, überlegt. Und dann habe ich gesehen, dass das da gerade einen Rabatt gab. Da war über 5% und so. Und damit war dann das Teil, hat mich dann, glaube ich, 28 irgendwas gekostet. Oder sogar noch weniger. Ich weiß es jetzt gerade nicht, tut mir leid. Ich habe es mir nicht gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle es. Dann habe ich das bestellt. Ich habe mir ein Parfüm bestellt, obwohl ich geruchsempfindlich bin ohne Ende. auf den Verdacht hin, dass es mir vielleicht gefallen könnte. Ja, das war so mein... Ja, das habe ich gemacht. Und habe dann das Parfüm bestellt. Dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und hier ist es. Ich habe es wirklich. Ich habe es. Ja, und... Machen wir nicht den Leuten die Spannung vorweg, bitte. Und ich liebe den Duft. Ich liebe ihn. Es ist so... Also, das ist so wenigstens das eine Ding, wo ich Glück gehabt habe. Ich liebe den Duft. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, pui teufel, stinkt das Zeug widerlich. Sondern es ist wirklich so, dass man sagen kann, es riecht gut. Ja, dann habe ich das auf jeden Fall... Dann ist es angekommen und dann bin ich bei meinem Papa unten. Dann war mein Papa gerade unten. Ich habe sehnsüchtig auf den Briefboten gewartet. Und dann ist er dann gekommen und dann bin ich... Als ich gerade wieder nach oben wollte, dann ist er gerade da und da gewesen. Dann habe ich mich so gefreut. Da habe ich direkt angenommen. Und dann habe ich es meinem Vater gezeigt, überhaupt. Und ja... War mega. Voll, total tolle Experience. Die ganze Familie. Ein Spaß für die ganze Familie. Gerne wieder 5 Sterne. Ja. Und dann habe ich bis Weihnachten gewartet tatsächlich. Weil ich habe es kurz vor Weihnachten bestellt und habe es dann aufgemacht. Das erste Mal. Ich kann euch auch mal die Innere... Ich zeig gerade immer nur die Packung und kann auch mal das Innere zeigen. Das muss ja nicht so sein. Ich behalte immer noch schön die Folie, weil ich möchte ja, dass das alles schön sauber bleibt. Das ist mein erstes Parfum und mein einziges voraussichtlich. Weil... Ja. Und dann kann man das... So sieht es dann aus. Alive. Die kleinste Größe, weil ich bin ja nicht Größes, aber wenigstens habe ich dann endlich mal auch was gemacht. Hab ich auch mal was gemacht in der Art. Das riecht so toll. Ich liebe es. Entschuldigt. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann bis zu Weihnachten... Ne. Bis kurz vor Weihnachten gewartet. Ne. Weihnachten. Es war genau an Weihnachten. Oder ne. Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich konnte es dann doch nicht mehr abwarten. Aber irgendwie habe ich gewartet. Ich habe zumindest einen Tag gewartet. Nach der Lieferung habe ich einen Tag gewartet. Bitte erkennt diesen einen Tag Wartefrist an. Ich möchte dafür Respekt haben wie Boris Becker dafür, dass er damals Wimbledon gewonnen hat. Oder so wie unsere Nationalmannschaft dafür, dass er den WM-Titel gewonnen hat, will ich einen Respekt dafür haben, dass ich einen Tag gewartet habe. Das ist ein Gleichnis, ne. Also auch eine Leistung. Ja. Und dann habe ich das Parfüm auf ein Stück Wattetupfer gesprüht. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich liebe den Duft. Ich finde es toll. Aber wenn man das drauf sprüht, ist es viel zu intensiv. Ich habe schon den kleinsten Sprüher der Weltgeschichte gemacht. Wirklich. Also kleiner geht es nicht mehr. Und jetzt weiß ich echt nicht weiter. Also falls irgendjemand, irgendjemand, der diese Videos sieht, einen Tipp für mich hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir eine E-Mail. Oder schreibt mir irgendwo. Egal wie. Die. Ich bin always erreichbar. Aber gib mir einen Tipp, wie ich es hinkriege, dass ich mein Parfüm auch benutzen kann. So. Ich will es benutzen. Und es passt zu mir. Es ist wirklich das perfekte Parfüm. Und das ist so eine total tolle Geschichte eigentlich. Man sieht eine Werbung. Es gefällt einem von der Werbung. Man bestellt sich. Und es passt auch noch. Ich meine, die Chance ist ja wirklich eins zu eine Million. Weil es hätte ja auch sein können, dass das total das widerliche stinkende Zeug ist. Könntest du bitte nicht so kleppern? Ja. Kein Problem. Ja. Auf jeden Fall. Bitte. Bitte. Wenn irgendeiner einen Tipp weiß. Hilfe. Hier. Jung Asperger sucht Hilfe wegen Parfüm. Das bin ich gerade. Also helft mir. Helft mir da draußen. Helft mir, mir zu helfen, dass ich mein Parfüm nutzen kann. Weil es gibt da diesen blöden Satz bei die Simpsons mal. Da war einer, der gesagt hat, helft mir ihm zu helfen, euch zu helfen. Dass er dir, euch hilft. Dass sie dir wieder helfen. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen abgekürzt. Ja. Auf jeden Fall. Ist eine total tolle Geschichte. Und wenn ich es dann jetzt auch mal endlich benutzen könnte, wäre ich auch voll happy. Und ich würde es dann sogar auftragen, wenn ich es das nächste Mal drehe. Ja. Mami, ich krieg's nicht mehr in die Fülle hier. Du schaffst es. Nein, wenn ich zitter. Wie ein Aal. Ich kann mal später und frische Abspann machen. Achso. Ja, stimmt. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare Tipps oder so. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook einen Tipp schreiben. Oder eine E-Mail mit einem Tipp an gramstemal.ahnsluck.com oder auch nur mit Ideen. Egal wie! Ich versuche jetzt alles, damit es funktioniert. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.